Hallo, guten Morgen. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz live kommen hier heute früh, weil ich mir überlegt habe, ich verlänge den Vorzugspreis für das Geld-Mindset-Programm noch bis heute, 13 Uhr. Und zwar, es sind schon einige gesprungen, einige haben sich angemeldet, weil sie die Chance erkannt haben, für diesen eigentlich unglaublichen Geschenkspreis drei Monate lang dabei begleitet zu werden, alle Blockaden aufzudecken, die einen nicht nur daran hindern, Geld zu verdienen, sondern es geht auch darum, die Blockaden in alten Paradigmen, die Blockaden aus deiner Vergangenheit, aus deiner Herkunft, aus deiner alten Geschichte, die sind so stark, dass sie sich zum Teil alleine wirklich ganz, ganz schwer auflösen lassen. Und das ist auch Ziel und Sinn dieses Mindset, Masterminds. Mastermind heißt ja, wir sind zusammen, wir haben einen Master, also einen Chefhirn, ein gemeinsames Chefhirn, wo wir neue Programmierungen einpflanzen, wo wir altes rausholen, wo wir altes entdecken, wo wir merken, wo wir blockiert werden durch unsere Vorstellungen über uns selber, über das Leben, wie das Leben funktioniert. Und solange wir an diesen Vorstellungen festhalten, kommen wir nicht weiter. Das ist unmöglich. Und in diesem Mindset geht es wirklich, im Mastermind geht es wirklich daran, den Mindset umzudrehen, und zwar morgens, mittags und abends gezielt, aber sonst auch jeden Moment. Dich darauf auszurichten, was du wirklich möchtest in deinem Leben. Die meisten wissen nicht mal, was sie wirklich möchten. Die meisten sind nicht in der Lage, klare Entscheidungen zu treffen, weil sie immer noch davon ausgehen, eine Entscheidung ist kein Wunschkonzert. Aber eine Entscheidung ist ein Wunschkonzert. Und wenn du dir nicht erlaubst, klare Entscheidungen zu treffen, zu dir selber grundtief ehrlich zu sein und zu sagen, was du wirklich möchtest, unabhängig davon, was du glaubst, was du verdient hast, unabhängig davon, was du glaubst, was dir zusteht oder ethisch in Ordnung ist, in dem jetzigen Mindset. Dann kannst du nicht raus aus deinem Jetzt und Hier. Dann wird sich das so kleckerliweise vielleicht ein bisschen verbessern und deine Beziehung wird ein bisschen besser und deine Geldsituation wird ein bisschen besser. Aber es wird alles nur immer ein bisschen besser und das Grundding, deine Grundeinstellung, dein Grundgefühl, das bleibt. Und wenn du das nicht veränderst, dein Grundgefühl, dein Grundverständnis über das Leben, über das, was möglich ist, über das, was du erreichen kannst, was du kreieren kannst. Und das heißt, hier geht es nicht nur um Geld, sondern es geht darum, wirklich rauszufinden, deine Mindset-Power, deine Kraft, wie sie der Chef ist über dein Leben und alle Bereiche deines Lebens. Und es ist nicht notwendig, dass du ein eigenes Business hast oder ein eigenes Business aufbauen möchtest. Du kannst alle Beschäftigung haben, du kannst Mutter sein. Es geht nicht darum. Es geht auch nicht darum, dass du 100% gesund und einsatzfähig bist. Du wirst es werden, wenn du daran glaubst, was du bist und was du sein kannst. Und Krankheit und all diese Einschränkungen, die wir immer noch erleben, die kommen aus unseren Vorstellungen, aus unseren alten Geschichten, aus unserem Mindset. Und ich weise es so fest und deswegen mache ich dieses Angebot nochmal, weil ich diese Leute mitnehmen will, die nicht wahnsinnig viel Geld haben jetzt zum Investieren im Moment. Und deswegen habe ich das jetzt verlängert, die Möglichkeit mitzumachen, bis heute 13 Uhr zum Vorzugspreis. Danach kostet das Ganze 300 Euro mehr. Also du kannst jetzt, nein, 200 Euro mehr, geht ja noch. Du kannst jetzt 200 Euro sparen bis 13 Uhr. Natürlich kannst du nachher einsteigen und kannst nachher noch dabei sein. Aber es ist wirklich wichtig, dass du dich entscheidest. Ohne Entscheidung kommst du nicht weiter. Du musst dich entscheiden, dass du es jetzt ändern willst. Du musst dich entscheiden, dass du glaubst, dass ein anderer Weg möglich ist. Und du musst dich dafür entscheiden, die Arbeit zu tun. Die Arbeit zu tun, dich umzuprogrammieren. Und das ist manchmal eine hartige Geschichte. Und deswegen geht das Programm drei Monate. Und deswegen gibt es Hausaufgaben. Und deswegen arbeitest du jeden Tag an deinen Überzeugungen, an deinen Glaubensgrundsätzen, an deinen Verhaltensweisen, an deinen täglichen Routinen. Daran, wer du bist. Weil du kannst nicht als dein altes Ich ein neues Leben aufbauen. Das geht nun mal so nicht. Dein altes Leben setzt sich zusammen aus deinen alten Vorstellungen, aus deinen alten Denkweisen, aus deinen alten Überzeugungen, aus deinen alten Erfahrungen. Und du musst bereit sein, diese alte Story loszulassen, sterben zu lassen. Keine Angst zu haben, dass deine Identität stirbt, weil du keine neue hast. Wir brauchen eine neue Identität. Aber eine, die uns gefällt und eine, die uns dahin bringt, wo wir sein wollen. Und deswegen nutzt die Chance wirklich. Zu dem Preis kriegt ihr das nicht mehr. Nie mehr. Ich mache es auch nie mehr. Ich mache es jetzt, weil ich möchte, dass möglichst viele diese Chance haben. Weil ich gesehen habe, wie viel Geld das totale Trigger ist. Und das ist ganz normal, weil wir leben nun mal in einem Universum, wo Geld ein Substitut für Freiheit und für sich selber ausdrücken, für eigene Kreativität für sich einbringen können, für sich zeigen können ist. Und deswegen nehmen wir das doch einfach, wenn es da ist. Dann arbeiten wir halt mit den Gesetzen des Universums. Und das lernt ihr in diesen drei Monaten. Und zwar steinbeinhart. Klar, eindeutig. Mit einer Entscheidung. Und wenn du dich entscheidest, bist du dabei. Und wenn du dich nicht entscheidest, dann wartest du halt noch. Das ist jetzt nicht mein Problem. Aber ich habe lange gewartet. Ich sage es nur aus meiner Perspektive. Ich habe zu lange gewartet. Und wenn du mir nur ein bisschen vertraust, dann kommst du mit und gehst den Weg und freust dich, dass es nicht immer so sein muss, wie es war, sondern dass es so sein darf, wie du es willst. Wenn du dich entscheidest, entscheidest, wie du es willst. Ja, ich weiß nicht, was ich will. Genau das ist es. Das wollen wir aus dir rauskratzen, weil du weißt, was du willst. Du erlaubst es dir nur nicht zu wissen. Das ist ja das Wahnsinnige. Also, alles Liebe, bis 13 Uhr ist es noch offen zum Vorzugspreis. Nachher kostet es einfach 200 Euro mehr. Wir fangen an. Am 1. September, Montagabend 20 Uhr. Danach jede Woche einmal. Jeden Tag Hausaufgaben. So sieht das Programm aus. Und das ist nur für Vollwoller, für Volleinsteiger, für Vollgeher, für alles Reinsetzer. Aber deswegen ist es auch erschwinglich. Und du hast auch die Möglichkeit, Raten zu zahlen. Geh auf den Link. Du siehst es. Wenn du es dir nicht auf einmal leisten kannst, dann zahlst du auf dreimal, wenn du unbedingt dabei sein willst. Und wenn du unbedingt willst, dann machst du es dir möglich. Und es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich weiß es. Okay, das war's. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.